Liebe Zuschauer, heute gibt es wieder viel zu berichten aus der vergangenen Woche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DJZ News. Wieder einmal hat eine Diskussion über die rechtliche Lage zu lange gedauert. Ein angefahrener, schwerverletzter Wolf musste nach einem Verkehrsunfall lange leiden. In Farnhorn in Niedersachsen kollidierte gestern Morgen ein Pkw mit einem Grauhund. Der Rüde wurde 50 Meter mitgeschleift und blieb schwerverletzt liegen. Während ein Veterinär und der Jagdpächter über weiteres Vorgehen diskutierten, erlag er seine Verletzung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand eine Frau einen Rehbock, der in einem Kochtopf gefangen war und sich unter Qualen nur noch hüpfen fortbewegen konnte. Die alarmierten Polizisten fuhren nach Wülfrath in Nordrhein-Westfalen, wo das Stück lag. Der zuständige Jäger half den Beamten dabei, das Stück mithilfe einer Blechschere zu befreien. Der Bock blieb unverletzt und wurde wieder in die Freiheit entlassen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat jüngst eine Klage von PETA auf Anerkennung als Mitwirkungs- und Verbandsklageberechtigte Tierschutzorganisation abgewiesen. Im Mai 2015 hatte der Baden-Württembergische Landtag die Einführung von Mitwirkungsrechten und das Verbandsklagerecht beschlossen. Dieses erfülle die Organisation nicht. Sie habe in Baden-Württemberg nur drei ordentliche Mitglieder mit vollem Stimmrecht. Bundesweit seien es neun ordentliche Mitglieder, davon zwei Vorstandsmitglieder mit Wohnsitz im Ausland. PETA will nun vor den Verwaltungsgerichtshof ziehen. Der Deutsche Jagdverband hat gestern die Online-Version des Jahresberichts 2015 für das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands veröffentlicht. Die Daten zu 15 heimischen Wildarten und zwei Wildkrankheiten haben Jäger in knapp 24.000 Revieren erhoben. Der 52-seitige Bericht liefert neben interessanten Fakten detaillierte Informationen zur bundesweiten Verbreitung der Arten sowie deren Populationsentwicklung in den vergangenen Jahren. Den aktuellen Wildbericht 2015 sowie weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.jagdverband.de. Der Biber richtet zwar viel Schaden an, doch am vergangenen Wochenende wurde er zu Unrecht verurteilt. Ein Mann bearbeitete in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen einen Baum mit einer Angst. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass hier ein Biber am Werk war. Als eine Polizeistreife auf den 33-Jährigen aufmerksam wurde, wollte er abhauen. Der Fluchtversuch scheiterte jedoch. Schuld daran waren vermutlich die 2 Promille, die der Alkoholtest der Polizei ergab. Für den Schaden am Baum wird der Mann nun aufkommen müssen. Wir kehren nun zurück wieder an den Schreibtisch. Vorher wünschen wir euch noch ein schönes Osterfest und hoffen, dass euer Osterhase fleißig ist. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, weitmals heil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr auch immer am Ball bleiben wollt, dann könnt ihr hier unter mir abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch.